In diesem Video verrate ich dir, wie das Online-Arbitrage-Business in der Praxis funktioniert und vor allem, wie wir eigenständig ein Produkt listen. Und zusätzlich dazu werde ich dir Insights verraten, die wir so auf YouTube noch nie gesehen haben. Also, bleib unbedingt bis zum Ende dran. Was ist grundsätzlich das Online-Arbitrage-Business super leicht erklärt? Wir vertreiben herkömmliche Markenprodukte, welche wir im stationären Fachhandel einkaufen, bei den Online-Händlern einkaufen und natürlich über die Meisterklasse im Großhandel, ja, herkömmliche Großhandel einkaufen. Die Differenz, was abzüglich allen Gebühren übrig bleibt, ist tatsächlich unser Gewinn. Und das Gute ist, man kann Online-Arbitrage mit relativ kleinem Kapital starten. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, zeige ich dir. Und dafür habe ich dir tolle Beispiele mitgebracht. Aber ganz kurz und leicht erklärt, dieses Telefon zum Beispiel, was wir eigenständig nutzen, ja, sogar mit meinem Foto drauf und mit dem Francis, haben wir im Einkauf damals für 45 Euro brutto erworben. Dieses Telefon geht allerdings auf Amazon bis zum heutigen Zeitpunkt für 94,95 Euro weg. Und das alles und viel mehr zeige ich dir jetzt an Bildern. Let's go! Wir fangen auch mal direkt mal mit unserem herkömmlichen Telefon an. Wir haben hier ein cooles Produkt in zwei verschiedenen Variationen. Der Preis aktuell, wow, liegt sogar nagelneu bei 169,90 Euro. Somit ist das Telefon aktuell sogar schwer zu kriegen. Ja, totaler Wahnsinn, dass es noch immer noch für so teuer verkauft wird, beziehungsweise für so hoch. Erst einmal müssen wir tracken, verkauft sich dieses Produkt. Dafür haben wir zum Beispiel das Tool IMC-Score Pro. Auch dafür haben wir damals auf YouTube ein tolles Review gemacht. Du kannst es dir gerne mal ansehen im Nachgang. Und wir nutzen das Tool SellerAmp. Wir machen das mal auf und tracken in etwa die Sales. Wir haben hier eine Version, also quasi verschiedene Optionen. Unser Einkaufspreis war 45 Euro brutto. Jetzt müssen wir eigentlich die Mehrwertsteuer noch abziehen. Das machen wir mal ganz schnell. 45 Euro durch 1,19. So, das heißt, wir haben sage und schreibe 38 Euro dafür bezahlt. Aufgerundet, ein bisschen weniger, aber. Naja, und der Verkaufspreis, immer mit dem Worst Case rechnen, ist zum Beispiel bei 160 Euro. Das war hier der Nettopreis. Übrigens, über das Tool SellerAmp haben wir ebenfalls auf YouTube ein ausführliches Review gemacht. Kannst du es dir gerne auch mal ansehen. So, das heißt, tatsächlich bleiben bei diesem Telefon in etwa 80 Euro übrig. Weil du hast wirklich einen wahnsinnig starken Salespreis. Das ist übrigens auch nicht die Normallage. Denn im herkömmlichen Handel oder generell im Großhandel verdienen wir im Durchschnitt zwischen 10 und 15 Prozent Nettomarge. Da es aber ein Auslaufmodell ist, ein End-of-Life-Produkt, können wir hierbei deutlich mehr erwirtschaften. Hier können wir nochmal gucken, wie ist grundsätzlich die Buy-Box-Verteilung, ROI, was übrigens übrig bleibt, was Amazon dir auszahlen würde. Auch der Break-Even-Salespreis. Aber das Ganze kennen wir schon bereits. Dieses Liste hat vier Variationen. Jetzt könnte man noch die Variationen checken. Was geht wie weg? Ja, das blaue, also unser Telefon geht hier sehr gut weg. Tja, mit fünf verschiedenen Reviews. Also wirklich cooles Produkt. Fakt ist, die Marke Fritzbox kriegt man immer verkauft. So, jetzt habe ich dir einen coolen Online-Deal vorbereitet. Und zwar die Seite Victoria's Secret. So, wir haben jetzt zum Beispiel ein Body-Spray von Victoria's Secret. Wir können hier sogar, ja, sieben sind noch verfügbar, maximal neun pro Kunde. Unser Preis ist 10,22 Euro. So, wir müssen immer wieder checken, wie ist das Produkt überhaupt? Läuft das Produkt? Und zum Beispiel hier hat Amazon eine tolle neue Funktion hier reingeführt, beziehungsweise mit eingeführt. Wir haben hier ein Produkt für 29,77 Euro. Und wenn wir eine Seite nach hinten gehen, dann sehen wir in etwa die Absatzzahlen. Amazon selbst sagt, 900 plus mal im letzten Monat gekauft. Und dieses Produkt können wir für 10,22 Euro einkaufen. Also grundsätzlich reiner Wahnsinn. So, wir haben nicht viele Konkurrenten, lediglich acht Menschen sind hier mit vertreten. Grundsätzlich immer wieder die üblichen Verdächtigen, die wir schon relativ gut kennen. Das ist übrigens hier ein Bestseller-Produkt. Aha. Wir gehen mal runter, schauen uns die Kriterien an. Die Bewertungen sind relativ gut, 4,4 Sterne. Jedes Produkt auf Amazon hat eine herkömmliche Nummer, eine hauseigene IN-Nummer von Amazon. Das nennt sich die Asen. Das ist das kleine 1x1. So, wir haben hier cooles aktuelles Feedback. Das Produkt wurde im August gekauft, im September. Also wirklich relativ aktuell. So, jetzt brauchen wir nur noch den Bestseller-Rang. Hier, Amazon Bestseller-Rang, Nummer 1 in Body Sprays für Darm. Das sagt schon alles. Das heißt, auch hier kannst du einen coolen Tipp mitnehmen. Und die Nummer 374 in Kosmetik. Das heißt, auch der Amazon Bestseller-Rang gibt dir in etwa die Zahlen an, die Verkaufszahlen. Das bedeutet, desto niedrigerer der Rang, wie zum Beispiel Nummer 1, Nummer 10, Nummer 20, desto mehr Sales haben wir. Und dieser Rang verändert sich von Tag zu Tag. Das bedeutet, wenn neue Sales reinkommen, dann wird der Bestseller-Rang ebenfalls mit verändert. Und wenn du gar kein Geld hast, aktuell für irgendwelche Tools, dann kannst du zumindest über den Bestseller-Rang in etwa die Verkaufszahlen abschätzen. So, wir überlassen allerdings nichts im Zufall und würden im Normalfall mit IMC-Score-Pro checken und mit Seller-Amp. Seller-Amp übrigens sehr empfehlenswert. Und Amazon sagt jetzt in etwa, du hast hier ungefähr 1131 Sales. Was wirklich total wahnsinnig ist. So, das wäre dein Einkaufspreis. Das wäre der aktuell Verkaufspreis. Wir rechnen übrigens bei der Kalkulation immer mit den Worst-Case. Denn wenn es besser kommt, dann besser für uns. Aber wir rechnen jetzt einfach mal mit 28 Euro. So, dein Profit wären etwa 5,11 Euro. Im schlimmsten Worst-Case, ROI ist 50 Prozent, also wirklich herausragend. Wie Haifischflossen, die Profitmarge ist bei 18,25 Prozent. So, jetzt kann ich dir einen ganz kleinen Insider geben. Wie kalkulierst du, wenn du jetzt diese ganzen Tools nicht zur Hand hast? Super einfache Formel. Zum einen, wenn du ein Produkt, zum Beispiel dieses Telefon hier, für 50 Euro einkaufst und du kannst das Produkt zumindest einmal mal zwei multiplizieren, das heißt auf 100 Euro, dann weißt du, es könnte durchaus Sinn machen. Denn auch gerade in der Elektronikbranche müssen wir eines bedenken. Die Gebühren sind nicht pauschal immer 15 Prozent, sondern du hast auch verschiedene Nischen, wo die Gebühren 7 bis 9 Prozent betragen. Das bedeutet, immer vorher prüfen. Das funktioniert immer am besten. Allerdings, du hast nichts zum Prüfen, dann machst du es einfach so. Wir kaufen es für 50 Euro ein, können es für 100 Euro verkaufen. Das bedeutet, das könnte für uns in Frage kommen. Wir kaufen es für 50 Euro ein, können es mal 2,25 multiplizieren. Dann wissen wir, dass es definitiv aufgeht und dass es schon mal ein gutes Produkt ist. Wir können das Produkt mal zwei nehmen, beziehungsweise mal 2,5 nehmen. Dann wissen wir, das ist wirklich ein sehr gutes Produkt. Und wenn wir das für 50 Euro kaufen, so wie in diesem Fall jetzt, und mal 3 multiplizieren können, das bedeutet 150 Euro, dann wissen wir, das ist ein hervorragendes Produkt. Und damit können wir ein wahnsinniges Geld erwirtschaften. Grundsätzlich, vor dem Einkauf, ein sehr wichtiges Learning, müssen wir eine Sache lernen. Wir müssen immer wieder prüfen, ob wir für diese Produkte überhaupt freigeschaltet sind. Und dafür habe ich dir übrigens ein cooles Beispiel hier vorbereitet. Ihr kennt vielleicht das Video mit den Kevin-Klein-Boxer-Shorts. Falls du das Video noch nicht kennst, schaue es dir unbedingt an, dann siehst du nämlich hautnah die Sales. Dieses Produkt läuft besonders gut und das sehen wir, indem wir sogar feststellen, dass sogar Juweliere in dieses Business hier einsteigen. So, wie können wir das Ganze nun relativ leicht prüfen? Entweder nehmen wir die hauseigene Nummer von Amazon, die Asen, oder, hier ist übrigens die Asen, wie immer, ein bisschen weiter versteckt, oder wir klicken hier ganz normal auf den Knopf, auf Amazon verkaufen. Wie du siehst, ich habe hier eine ganz normale Freischaltung und kann dieses Produkt sofort verkaufen. Wichtig ist, dass wir das Produkt ausschließlich als eine Neuauflage veräußern dürfen. So, auch wahnsinnig guter Verkaufsfragen, 75. Und wie in diesem Video von mir erwähnt, ist das ein sehr gutes Produkt und das könnt ihr auch ebenfalls hautnah erleben. So, das bedeutet allerdings nicht, dass wenn wir jetzt diese Kevin-Klein-Boxer-Shorts veräußern dürfen, dass wir alles von Kevin-Klein verkaufen dürfen. Bitte macht niemals diesen einen Fehler. Zum Beispiel habe ich mir jetzt dieses Deo hier gefunden bei dem Großhändler, den ich kenne. Mein Einkaufspreis, ohne zu verhandeln, liegt bei 6,25 Euro. Das heißt, selbst wenn wir 6,25 Euro mal 3 multiplizieren, dann kommen wir ungefähr auf diesen Verkaufspreis. Somit starkes Produkt, ein Konkurrent. Und wir tracken jetzt mal die Verkaufszahlen, in etwa 12 Verkaufszahlen. Es ist nicht gut, es ist aber auch nicht wahnsinnig schlecht. So, wenn wir jetzt dasselbe Produkt veräußern wollen würden, dann sehen wir, Achtung, ich habe keine Berechtigung, dieses Produkt zu veräußern. Das bedeutet, wenn wir auf einer Messe sind, wenn wir bei einem Großhändler sind oder wenn wir Online-Deals bzw. nach Online-Deals schauen, dann sollten wir immer auf der Hut sein und wissen, ich muss immer vorher prüfen, darf ich das Produkt in der Praxis verkaufen oder nicht. So, das war mit Sicherheit verständlich. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Online-Deal. Einfach mal, just for fun, ein Haartrockner bzw. ein Haarfin von der Marke Dyson. So, wir haben den Dyson HD07 Haartrockner. Wenn wir clever sind, nutzen wir natürlich immer Cashback, wie zum Beispiel Igral. Da gibt es bei Saturn aktuell 2,5%. Und das ist auch übrigens ein aktuelles Beispiel. Und das ist hier das Produkt. Man hat nicht allzu viele Sales, ca. 6 Sales. Das bedeutet, wenn wir den Monatsvorrat decken wollen würden, dann sollten wir hier maximum 2 Produkte einkaufen. So, vorher natürlich immer prüfen, ob ich für Dyson freigeschaltet worden bin. In diesem Fall sind wir es. Nehmen wir mal an, unser Einkaufspreis ist jetzt 327 Euro. Der Verkaufspreis ist bei knapp 540 Euro. Das ist immer wieder der Nettopreis, der hier eingetragen wird. Das bedeutet, wenn wir brutto einkaufen, die 389 Euro, dann müssen wir immer mit dem Nettopreis kalkulieren. So wie es jetzt hier aufgerundet der Fall ist. So, hier würden wir in etwa 40 Euro Profit machen. ROI ist bei 12,7%. Grundsätzlich nicht allzu schlecht. Aber wenn das Kapital relativ begrenzt ist, ist das keine gute Empfehlung. Wie zum Beispiel das Victoria's Secret Body Spray. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben dieses Produkt gekauft, vielleicht sogar günstiger gekauft. Auch in Großhallen kann man das auch für in etwa 280 Euro einkaufen. Dann würde es sogar sehr viel Sinn machen. Und jetzt zeige ich dir im Schnelldurchlauf, wie einfach man dieses Produkt inserieren kann. Wir nehmen wie gewohnt die Asen, gehen jetzt auf Amazon in Seller Central, gehen auf den Katalog, Produkt hinzufügen und dann machen wir nur Copy-Paste. Das bedeutet, wir brauchen kein Marketing, wir müssen kein neues Listing anlegen, wir hängen uns an ein bestehendes Listing dran. Und wenn wir ein bestehendes Listing nicht finden, dann sollten wir es ganz normal nicht einkaufen. Dürfen wir es als Neu verkaufen? In diesem Fall ja, wir inserieren es. Und dann kommen wir schon ganz normal in unsere herkömmliche Stablone rein. Nehmen wir mal an, unser Verkaufspreis wäre jetzt 300 bzw. 532,99 Euro. Unsere Menge ist 2. Jetzt fragt uns Amazon, möchten wir es eigenständig versenden? Das bedeutet, der Amazon FBA im Vertriebsweg. Wir sind für den Versand zuständig, für die Kundenkommunikation. Auch das kann übrigens gerade im Q4 äußerst lukrativ sein. Denn zum Beispiel, wenn du jetzt nur zweimal diesen Haarfön hast, dann macht es definitiv Sinn, nicht das Produkt zu Amazon FBA zu senden und zu warten, bis es eingebucht wird. Denn das kann aktuell bis zu 4 Wochen dauern. Sondern in diesen 4 Wochen haben wir problemlos alle beide Produkte im Regelfall zwischen 1-2 Wochen schon abverkauft. So, jetzt könnten wir das Produkt ebenfalls im Ausland veräußern. Das ist übrigens eine coole Strategie. Wichtig ist, wir sollten das Konstrukt Amazon von vornherein richtig aufbauen. Denn es gibt einen wahnsinnig coolen Lifehack und den zeige ich dir jetzt. Das Thema doppeltes Listing kann äußerst interessant sein. Wir probieren es mal mit diesem Produkt hier. Da ist ein Supersonica D07 in Kupfer. Kupfer und dann gehen wir auf Amazon bzw. Google das Wort Amazon ein. Was sehen wir hier? Äußerst interessantes Thema. Das Thema doppeltes Listing. Auf dem ersten Listing, wo es auch Sales gibt, wird das Produkt für 614 Euro verkauft. Total interessant. Und bei dem zweiten Listing, da waren wir gerade drauf, für 533,99 Euro. Das bedeutet, dasselbe Produkt kann auf Amazon oftmals doppelt gelistet sein. Und dafür brauchen wir nicht ein Portfolio mit teuren Tools. Denn das teuerste Tool sind wir selbst. Wir brauchen lediglich Google. Wir geben das Produkt ein. Leerstelle Amazon. Jetzt zeige ich dir noch ein zweites Beispiel, damit du das Potenzial von dem Thema doppeltes Listing sehr gut verstehst. Da ist eine AM07. Leerstelle Amazon. So, auch hier sehen wir ein cooles Produkt. Achte bitte auf den Preis. Wir haben hier zum Beispiel einen Preis von 349,00 Euro. So, jetzt gehen wir zurück auf Google. Denn dieses Thema vergessen sehr viele Händler, beziehungsweise kennen es nicht. Wir haben ein zweites Listing, ebenfalls für 349,00 Euro. Vielleicht sogar mit weniger Sales. Wir haben ein drittes Listing. Total spannend. Hier ist man sogar out of stock. Und das ist auch ein sehr cooles Learning. Wenn ein Produkt out of stock ist, bestimmst du über den Preis. Ich hatte mal eine Fernbedienung von Sony gekauft für 28,00 Euro. Irgendwann waren alle Konkurrenten out of stock. Und ich habe diese Fernbedienung immer wieder wöchentlich im Preis angehoben. Mal auf 60,00 Euro, mal auf 65,00 Euro. Irgendwann war ich so dreist und habe dasselbe Produkt für 89,99 Euro verkauft. Und das hat funktioniert. Warum? Wenn keine Konkurrenz da ist, bestimmst du den Preis. Angebot und Nachfrage. So, wir haben noch ein viertes Listing. Hier ist man ebenfalls out of stock. Ja, ich glaube, das war es auch. Oh, jetzt gibt es sogar noch ein Listing. Purer Wahnsinn. Für 435,00 Euro. Und auch hier siehst du nicht allzu viele Konkurrenten. Wir haben lediglich fünf Händler auf dem Listing. Und auch das hat für diesen Preis 21 Sales. Das war ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man mit dem Thema doppeltem Listing wahnsinniges Geld erwirtschaften kann. Achtung, vermeide unbedingt diesen einen Fehler. Wenn du das Thema doppeltes Listing anwendest, gerade bei Amazon FBM ist das äußerst lukrativ, dann solltest du darauf achten, dass du ein Warenwirtschaftssystem hast, damit du keine Überverkäufer hast. Das bedeutet, du hast ein Produkt, wie zum Beispiel dieses Fritzbox-Telefon und du sagst der Warenwirtschaft, ich habe jetzt zehn Produkte physisch vor Ort. Bitte inseriere das auf die fünf Listings, sofern fünf Listings vorhanden sind. Und wenn ich damit out of stock bin, ich habe alle meine zehn Produkte abverkauft, dann sollte ebenfalls alle Listings bzw. alle Produkte auf Amazon nicht mehr inseriert werden. Und dafür unter anderem ist ebenfalls ein Warenwirtschaftssystem, das auch. Was sind nun unsere finalen Vorteile von dem Online-Arbitrage-Business? Grundsätzlich gibt es einen sehr wichtigen Faktor, den ich oftmals vergesse. Und zwar der reine Spaßfaktor. Man kann mit relativ kleinem Kapital die ersten Geschäfte machen, sehen, schwarz auf weiß, dass es funktioniert und erst dann Step by Step das Kapital anheben. Das bedeutet, du verkaufst zwei Telefone, kaufst dadurch vier und so weiter. Das bedeutet, genau so haben wir ebenfalls eigentlich nicht angefangen. Denn du musst nicht unbedingt das Rad neu erfinden, denn es ist ein geprüftes System. Wenn du die diversen Tipps anwendest, wie zum Beispiel das Thema doppeltes Listing, die richtige Dealfindung und so weiter, dann weißt du, dass du Step by Step definitiv nach vorne kommen kannst. Ich bin allerdings ein Freund von Planbarkeit und vor allem, ich möchte nachhaltig ein Business aufbauen. Für mich gibt es nur eine einzige Devise, die ich auch dir persönlich empfehle. Nutze definitiv das Online-Arbitrage-Business. Es funktioniert, es macht Spaß und es macht Sinn. Allerdings ist der Mix zwischen dem Online-Arbitrage-Business und dem Großhandel das A und O. Erst nachdem ich mit dem Großhandel vernünftig angefangen habe, erst danach konnte ich mein Unternehmen drastisch skalieren. Erst nachdem ich die ersten Dienste gemacht habe im Großhandel, nahm er mich ernst. Und ich konnte mit meinem Unternehmen gravierend wachsen. Und zwar ohne, dass ich mich irgendwo verschulde, sondern mit meinem bestehenden Kapital habe ich gearbeitet. Und auch das ist definitiv meine Devise. Solltest auch du noch offene Fragen haben, dann stell sie gerne jederzeit unten drunter in die Kommentare. Ansonsten solltest du unbedingt das Online-Arbitrage-Tutorial ansehen mit den Kevin Klein Boxer Shorts. Denn das Video ist für jeden Händler eine Pflicht, welche nachhaltig auf Amazon skalieren möchte. Bis bald.